Jo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem ganz kurzen Infovideo. Und es ist auch eine Enttäuschung. Und zwar, mein Rechner hat leider mal wieder ein Virus. Obwohl ich hatte schon jetzt eine verdammt lange Zeit jetzt Ruhe gehabt von den Virenattacken. Aber jetzt ist irgendwie wieder die Zeit gekommen, wo sich wieder Viren herumtreiben. Und mein Rechner hat es leider erwischt gehabt, obwohl ich jeden Tag G-Data benutze. Aber ich weiß nicht, mein Antivirusprogramm kann den Virus jetzt nicht entfernen. Und deswegen gebe ich jetzt gleich, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe auf YouTube, gebe ich meinen Rechner erstmal ab. Und ich kann euch allerdings nicht sagen, wie lange ich jetzt inaktiv bleibe auf YouTube. Weil wenn ich meinen Rechner nicht habe, kann ich auch nichts unternehmen, ne, auf YouTube. Deswegen tut es mir leid. Mir tut es auch in der Seele ein bisschen weh, dass ich jetzt für eine gewisse Zeit inaktiv bin auf YouTube. Aber ich hoffe, ihr könnt es ein paar Tage, ich hoffe nur, dass es ein paar Tage dauert, auch ohne mich klarkommen. Also, ich versuche gleich natürlich die Neunten im Computerladen natürlich ein bisschen auf eine liebe Art und Weise ein bisschen unter Druck zu setzen. Weil ich möchte ja auch so schnell wie möglich auch wieder, für euch wieder da sein. Aber naja, schauen wir mal. Ja, übrigens, äh, ihr seht da wieder ein Bild vom neunten Teil von Dark Parabels. Und, äh, ja, man sieht auch unter anderem Rapunzel auf der rechten Seite. Und, ja. Äh, das nur als kleine Scheichwerbung schon mal von Dark Parabels. Und im Hintergrund hört man ja auch ein paar, oder, naja, zumindest ein bis zwei Soundtracks von Dark Parabels. Von zwei bestimmten Teilen. Jo, also, wundert euch nicht, wenn ich jetzt erstmal für ein paar Tage inaktiv bin. Ihr wisst den Grund. Und ich melde mich so schnell wie es geht wieder zurück. Ich werde aber, bevor ich wieder mit meinen Videos wieder weitermachen werde, werde ich aber auch dementsprechend auch ganz kurz, äh, eine Ankündigung machen, dass ich dann wieder im Lande bin, dass ich wieder auf YouTube bin. Und dann geht's ganz normal wieder mit den Let's Plays von mir wieder weiter. Also, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Und ich bin wieder da, wenn ich wieder da bin. Also, ich kann euch nicht verraten, wann ich zurück bin. Also, es kann ein paar Tage dauern, es können aber ein, zwei Wochen dauern. Also, es liegt nicht an mir, ne? Also, bis bald und habt trotzdem bis dahin noch schöne Tage. Bis bald, tschüss!